kurze pause ist rum ich sehe gerade ich muss bei meiner chat vorschau noch ein bisschen was machen machen wir gleich mal ach nee das mache ich später muss die schriftgröße tatsächlich noch ein bisschen größer machen so steht jetzt neues gebäude natürlich nicht ja mikros an genau wir speichern mal ganz gut hey die nicht weil schon so Was fehlt denn noch? Fehlt irgendwie alles noch, hä? Was macht ihr denn hier, bitteschön? Okay. Okay. Der bringt den jetzt wohin? Viehzucht Level 3, schön. Jetzt haben wir so viel Milch und keine Bäckerei. Ist ein bisschen scheiße gerade hier. Oh, die Bäckerei braucht Ziegel, Baustein, Steinblock. Ja gut, Ziegelsteine können wir dann erst hier herstellen. Ähm. Ähm, nein. Ach so, das macht der automatisch. Ähm. Was war denn das andere, das hier? Holzteil und Steinblock. Stein haben wir da. Leute, die bauen jetzt erst mal das da an. Ach, leck mich doch, äh. Holzteil? Das war das hier. So. Gelangweilt. Dann mach was. Hier gibt es Milliarden von Oftregnen. Boah. Wie ich das immer mag. Und die nächste Baumfarm kommt hier rein. Ach, hier ist ein Lager. Okay. Die kommt nicht da rein. So. Was pflanzen wir an? Der Eiche. Aufpflanzen wir die Eiche an. Ähm. Unter Chat-Vorschau, da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, dass die ordentlich läuft. Und, na, von der Schriftgröße her. Ähm. Ja. Also. Da wird noch ein bisschen was passieren, dass man das dann ordentlich sehen tut. Vielleicht mach ich das auch irgendwann mal in den Stream. Mal schauen. So, was kann ich nämlich zum Beispiel machen, wenn meine Kinder da sind. Es wird immer noch gebaut. Wow. Es geht heute noch. Jetzt sind auf einmal alle glücklich. Du willst mich doch verarschen, ey. Oh, Mann. Hammer, jetzt wenigstens die komplette Map aufgedeckt. Ja, Hammer. So, hier will noch jemand eine Roboterwerkstatt. Gibt's natürlich. So. Und hier dürften nur Roboter entgegengenommen werden. Genau. Die Kiste hier drüben könnten sie tatsächlich mal wegmachen. Wo sind eigentlich meine Roboter dahin? Die standen doch hier mal rum. Beschuss. Die sind einfach weg. Ne, da sind sie. Da hoch mit euch. Hä, die wird sofort gebaut? Aber der Ofen und die Bäckerei überhaupt nicht? Was ist denn das für eine Logik? Da ist so ein Holzteil. Da ist ein Steinblock. Und jetzt baut das bitte. Ach, na kommt schon. Ich hab's wohl hier alles gemeistert. Ich würde aber gern das Geld noch mitnehmen. Ja komm, dann dort eben hin, eben hier drüben hin. Fertig. Die Dinger müssen ja nichts transportieren, wenn man's so nimmt. Hä, ich hab doch da grad ein Stück Weg gebaut. So. Ich versteh das noch nicht ganz. Das heißt, wir könnten gleich die Bäckerei machen. Ist das eine Pferdescheune. Kriegt ihr natürlich auch noch so. Äh, die hier muss ein Stück nach hinten, ne? Dort hin. Damit wir hier den Weg weitersetzen können. Äh, so und so. Jetzt ist die Frage. Da kann ich natürlich kein Land bauen. Schade. Wir könnten halt tatsächlich noch einen Billardtisch hinbauen, hier. Ah ja, guck. Warte mal, was brauchen wir denn zum Bauen? Ne, und tschüss. Auf Bausteine hab ich jetzt kein Bock. Da hab ich jetzt null Bock drauf. Ähm. Wir könnten halt wirklich hier hinten eins einrichten, ne? Wir könnten halt wirklich hier hinten eins einrichten, ne? Oder hier unten, ne? Wir richten da eins ein. Wir richten da eins ein. Ähm. Ähm. Erstmal noch ein Lager dazu. Äh. Und das aus dem Lager da rein. Du kriegst da? Ja. Äh. So. und so genau hier vergehen 24 da noch eine hin da noch eine hin ist das hier ein lager egal da eine hin da eine hin ja ach die bäckerei steht immer noch nicht und da ist wieder einer unglücklich warum der ist schon wieder gelangweilt noch eine brauerei herstellen aber dafür noch die zutaten dazu da ist ein ziegel da ist ein ziegel bring den doch dahin bringt den dahin und baut mir meine bäckerei endlich wo ist denn das da unten ist das in dem spiel macht man schon was mit wie kriege ich eigentlich kolonisten ihr sollt die die bäckerei bauen als erstes ihr meckert doch immer um das umgehabt man 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 ach gottchen ey hier kriegst du die krise hier Wir machen mal die Holzkohle jetzt aus, höchste Priorität. Steinhammer soll ich herstellen, das hat man hier, ne? So. Richter Ofen ein, bin ich doch dabei, aber die wollen nicht. Oh, ich verzweifle manchmal echt an denen hier. Warum, was ist hier los? Frisst Tomaten, frisst Erdbeeren, baut die Bäckerei für Brot. Oh Mann. Ich würde am liebsten jetzt rauszaubern und den Shit nebenbei mit einrichten, ne? Wahrlich zu sein, aber ne. Glückwunschaufgabe erfüllt, errichtet sich. Ja, schön. Yay. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 978. Was ist denn, wenn ich jetzt noch mehr Häuser baue, kriege ich da noch mehr Kolonisten? Wer eigentlich kommt so, ne? So. 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 Und wieder gehen die als erstes zu denen anstatt zur Bäckerei. Was ist falsch mit dem? Ich brauche einen Ziegelstein, ich brauche einen Baustein. Oh lol. Genau das, was ich nicht habe. Ähm. Wo macht man den Baustein? Ähm. 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 Ja, schön. Wow. Jetzt will ich schon, warum sie es nicht bauen? Das ist aber fertig, das ist schön. Ähm. Ähm. Ich hätte gerne Bausteine. Ähm. Das da. Ähm. Ähm. Das da. Ähm. Das. 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 Kann ich irgendwie nicht auswählen. Wow. Ich kriege alles, noch nicht das, was ich will. Gut. Dann hat sich das mit der Bäckerei erstmal für hier erledigt. ansonsten kann ich nichts weiter bauen gut dann würde ich sagen insel verlassener wir haben also weit alles die nebenaufgaben waren mir jetzt eigentlich total egal so der hammer von da aus kommen wir nirgendswohin also gehen wir zu der da gut kann ich das hier schon machen als erstes mal das da weg und hier vorne ein bisschen aufräumen meine kampfwerkzeugen ihr fahrt mal bitte dahin wir haben 14 kolonisten ich muss hier erstmal alles leer wollen damit ich einen überblick habe wow ja ich muss die dämpfe Chat eindeutig größer war. Entschuldigung, ich habe gerade rausgetappt, ich wollte mir das angucken. Im nächsten Stream läuft es dann aber. Erstmal alle Güter akzeptieren, da könnt ihr nämlich erstmal alles schön einlagern, genau. So machen wir das. Und natürlich machen wir hier drüben auch noch, ach, kann ich die miteinander verbinden irgendwie so? Das wäre geil. Nö, okay. Dann brauchen wir, wie immer, das hier. Ja, vorher machen wir hier unten ein Feuerle hin. Dort eins. Und dort eins. Warum nimmt dieser Typ sie hier nicht den Stein von hier? Seltsam. Seltsam, seltsam. Okay, hier kommt die Wüste. Schön. Mal gucken, was man da sollt finden. Einmal hier bitte alles weg. Weg. So. Dann kann ich hier wieder schön einebnen. Genau. Genau. Da war noch eins. Und da. Gut, dann einmal das und ein zweites Mal da. Und einmal hier bitte alles weg. Gut, dann geht's mal. Um... Tja... Einmal ist weg, bitte! Danke! So, jetzt können wir hier nämlich das Lager errichten. Es wird ausnahmsweise mal ein großes... Äh... Güter, Holz rein. Stein, Stein, Holz. Das... Baustein kann da rein. Holzgriff kann da rein. Der Steinrolling kann da rein. Dann brauchen wir wie immer ein Weizenfeld. Dann würde ich sagen, das machen wir direkt daneben. So, das Lager dazu auch daneben. Geht dann da rein. Das geht jeweils da hin. So, das ist ein Lagerfeuer. So, das ist ein Lagerfeuer. So, das ist ein Lagerfeuer. Und einmal da ein Lagerfeuer. Äh... Platz für Tiere. Ah, noch nicht wirklich. So... So... Haben wir wieder genug Platz zu bauen. So... Ah, 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 ah. Ja, 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 ja. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Da muss noch ein Feuerelle hin. Das geht ja mal so überhaupt nicht. Oh, da kriegt man Erz. Oh. 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 Kann ich euch angreifen? Ja, ich kann euch angreifen. Haha. Ne. Hä? Das ist ein Kampfroboter, aber der kämpft nicht gegen Krokodile. Geil. Oh, Mann. Naja. Ja. Dann hier hinten einmal alles weg. Dann hier hinten einmal alles weg. Ja. 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 Ich werde das nicht so verletzen. Kann ich jetzt hier unten das Lager irgendwie erweitern? Geht das zufälligerweise? Ja, ich habe es erweitert, cool! So muss es sein... Weil wir tatsächlich eh noch Fackeln haben, wow! So, hier hinten kommen dann auf jeden Fall die Häuser hin! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Äh, so einmal... Ach ja... So, also Häuser haben wir jetzt schon mal ohne Ende! Äh... Oh, der da... Sandgiode, okay! Geht nicht, wa? Ja, hehe... Äh... Da hin... So... So... Ach, das wird alles noch verschwinden hier! So, hier unten können wir oberen hinsetzen! Und zwar... Die Textilverarbeitung! Da kommen Schafe! Dann kommt hier das Lager hin! So... 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 Das wird hier... Da hin. Und angenommen wird hier... Alles. Das da, das da, das da. So, dann auch schon mal die Textilverarbeitung. Der Werkzeugschmiede kann hier tatsächlich auch noch hin. So. Das und das. So. Hä? Wow, ich... Äh, 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 äh... Wie viele Steine? Ähm... Ja! Hey, na klar! Das und das. Immer fünf Stück. Jetzt muss man nämlich hier auch Holzgriffe herstellen. So. So. Haben wir jetzt genug Stein? Nö. Hä? 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 Wieso akzeptiert das kein Steinrohling? Stahlrohling hab ich ausgewählt. Okay. Hä? 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 Hier oben muss noch ein Feuer dahin. Dann... ... ... ... ... ... Und dann würde ich sagen, wir entfernen einmal wieder alles. Das Lager würde sogar noch mal einen Ticken größer machen und zwar so. So, das ist O miteinander verbunden. Nice. Schlechtes Haus. Keine Deko im Umkreis. Benötigt Bank. Brauch Tee. Benötigt Billardtisch. Alter, leck mich am Arsch. Die wollen ganz schön was haben. Die sind ganz schön anspruchsvoll. Mein lieber Herr Gesangsverein. Komm, zwei Steine noch. Lust eh noch. Mach. Yes. Hä? So. Jetzt brauchen wir nicht noch ein Blumenfeld. Äh, dazu wollen wir es für Steine. Hö, hö, hö. Hö, hö. Hö, hö, hö. Kann man hier, irgendwo, wieder und so, da oben, da nicht, da kann man noch einmal, gut. So, und das dahin, schön, schön. Du hast alle Missionen erfüllt, was, schon? Ist ja langweilig. Aber ich höre noch nicht auf. Hier kommen Erdbeeren rein. Und die kommen da hin. So. Tomaten wünscht sich auch noch jemand. Ach, Mann, ey, die sind mir hier alle ein bisschen zu verfressen. Was heißt ein schlechtes Haus, bitteschön? Ein Stoff, ein Ziegel, ein veredeltes Holzteil. So weit bin ich noch nicht einmal. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Ganz dorthin, ganz schön. ein paar bänke bekommt ihr natürlich auch und jetzt brauchen wir noch eine tierfarbe schaff haben haben wir ja schon okay so das war es aber für heute denn zwei stunden das wird ja wohl reichen ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen um den chat kümmern dass der ordentlich zu sehen ist und wir sehen uns zum nächsten der aller spätestens montag ist ansonsten laufe der woche abends dann aber mit meinen kindern im hintergrund wenn das dann stört der pech und ja ich bedanke mich fürs zuschauen und euch noch einen schönen tag auf